Lilly fährt mit der Feuerwehr! Ist da wer drin in der Tür vorne im Führerhaus? Wir haben nämlich auch so ein Feuerwehr. Und hier können wir nämlich auch richtig schön in der Tür tatar machen. So gut absteigen. Hier, schau mal. Tüter tatar! Feuerwehr! Coole Funktion, wie er so Feuerwehrschleifen kann. Hier kann man Feuerwehrschleifen. Hier kann man so richtig schön ausfahren. Feuerwehr mit Leiter. Hier rein. Hier kann man jetzt wieder runterfahren. Hier ist eine Funktion dran. Hier kann man jetzt wieder runterfahren. Hier ist eine Funktion dran. Hier haben wir noch mehr. Hier ist eine Funktion dran. Hier geht's hier wieder. Hier müssen wir doch jetzt nochmal runter. Guck mal. Hier ist bestimmt der Wind. Hier kann ich erstmal weiterschauen. Ja? Hier geht's noch einmal. Hier geht's noch einmal. Hier geht's noch einmal. Hier geht's noch einmal nach oben. Hier geht's noch einmal hoch. Hier geht's noch mal hoch. Hier geht's riech. Hier gehen courage. Guck mal, schick. Lilly in der Kuschel-Ecke. Was hast du denn hier oben noch? Guck mal. Hier Lilly, ein Sandmann. Der möchte auch mit dir kuscheln. Guck mal. Sandmännchen möchte mit Lilly kuscheln. Ja, der Teddy reitet. Ja, ja. Oh, was hast du denn da, Lilly? Ein Einhorn-Plaster. Noch eins. Noch eins. So viele. Wollen wir dir mal eins auf die Hand machen? Pass auf. Pass auf, Menschens. Wir machen. Das hier auch. Lilly, komm hier. Komm, ich mach dir auf den Händen. Komm hier. Komm hier. Komm hier. Ich kleb's dir drauf. Guck mal. Oh, schick. Es ist braun. Super. Hast du's immer bei dir. Schick, schick. Schick, schick. Ne, Lilly. Guck mal. Lilly, hinsetzen. Dann gibt's auch ein Stück Schokolade. Hinsetzen. Hinsetzen. Prima. Fein. Komm hier. Ich hab hier kleine Stücken. Prima. Prima. Wer so schön hört. Hm, mein Schatz? Lilly kriegt grad ihren vierten Zahn. Und den ganzen Tag schnupfen. Ist richtig verrückt. Na, das ist am schönsten, oder, Lilly? Oh, was ist denn da? Was ist denn da drauf? Oh, die Punkte sind toll. Noch ein Stück. Dann hinsetzen. Erst hinsetzen. Prima. Hinsetzen. Bleib sitzen, Lilly. Man darf nicht entlaufen, essen oder trinken. Komm hier. Prima. Ja, ja, aber du musst sitzen bleiben. Du musst dich hinsetzen, Schatz. Hinsetzen. Setz dich auf den Fußboden. Und dann kriegst du noch ein kleines Stück. Lilly, was hast du vor? Was hast du vor? Das ist doch für ein Schulranzen. Oh, was ist da alles drinne? Oh, cool. Hast du in ein Pflaster reingepackt? Dankeschön. Danke. Oh, was hast du denn da? Eine Schürze. Danke. Lilly räumt den Tranzen aus. Oh. Oh. Die ist schwer, ne? Ja. Mit Federtasche. Oh, danke. Alles zeigen. Alles Mama zeigen. Dein Pflaster wieder. Findest nämlich jetzt bei der Christenlehre. Und naja, dann guckst du Lilly mal sich hier die Schätze an. Danke. Gib her. Ich passe darauf auf. Ich passe darauf auf. Danke. So, ihr Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal und macht einen Daumen hoch. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020